Zitronella-Öl. Was kann dieses ätherische Öl noch außer Insekten abwehren? Gleich erfahren Sie mehr. Das Vorkommen ist in Mittelamerika, Indonesien, Taiwan und auch ganz besonders in Sri Lanka. Als ich vor etlichen Jahren in Sri Lanka gewesen bin, da bekam ich auch so ein kleines Fläschchen Zitronella bei so einer Begehung von einem Kräutergarten. Garten ist natürlich, das war alles viel größer und das hat wunderbar geduftet und fantastisch gewirkt gegen diese doch recht hungrigen Mücken. Es hat einen frischen Duft, es riecht nach Zitrone und kann auch gut einfach zur Lufterfrischung und Luftreinigung eingesetzt werden. Ja, der Klassiker eben, die Abwehr von Insekten und Zedernholz wird ja auch zur Insektenabwehr eingesetzt. Kombiniert kann man die Wirkung einfach noch verstärken. Es ist stimulierend, anregend, stärkt das Immunsystem und kann bei Müdigkeit stimulierend wirken. Dieses ätherische Öl kann außerdem auch die Verdauung unterstützen, wird auch gern bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Das ätherische Öl der Zitronella hat eine desodorierende Wirkung und kann auch schweißtreibend wirken. Es wirkt daher entgiftend. Früher wurde Zitronella zum Reinigen und Desodorieren von Oberflächen verwendet. Heutzutage wird es auch gern bei fettiger Haut oder fettigem Haar eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017